Herzlich willkommen zur sechsten Sendung Sport in Schwerin. Heute hat Fußball neben Plattball und Tennis die Oberhand. Doch kommen wir kurz zum Handball. In den Altersklassen E&D richtete der SV Post den internationalen Digital Design Cup aus. Mein Name ist Tom. Mein Name ist Tom und wir spielen Handball heute und wir verlieren sehr viel. Ja, mein Name ist Marius und wir spielen Handball und heute verlieren wir sehr viel und es ist nicht so lustig. Mein Name ist Erik und wir verlieren. Wir verlieren sehr gut. Wir kommen jetzt gerade auf der Seite und wir verlieren. Jetzt machen wir hier ein Gipost. Und zum Spielbrunnen, meine Damen und Herren, sind wir da wissen, dass wir dieses Spiel zwei Mal zehn Minuten und mit der Anzeige kurze Ein gelbte Pause jetzt da werden. Der Sohn von Sandmühurs hat es viel leichter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.